Ich kann es selbst noch gar nicht fassen, dass ich in der Sendung war. Es hat mir Freude gemacht und ich möchte einfach noch ein bisschen was dazu sagen. Zu einzelnen Punkten, die unangesprochen geblieben sind. Man kann in so einer Sendung nicht auf alles eingehen. Wenn ich was gesagt habe, hat Zert Touch sehr ausführlich geantwortet und dann allermeistens hatte ich keine Möglichkeit mehr, noch ein zweites Mal darauf dann wieder zu antworten. Was auch völlig normal ist, da waren viele Leute in dieser Debatte und deswegen hier nochmal ein Weg. Ganz herzliche Grüße an Zert Touch und auch Amir und Harun. Ich hoffe, ihr schaut euch mein Video an. Ich würde euch auch bitten, mich zu entblocken, wenigstens mit einem Kanal. Ich habe inzwischen drei Kanäle, zwei aktive und einen nicht aktiven Kanal. Aber ich kann einfach keine Posts schreiben. Auf dem ImanTV-Kanal. Und ich möchte das auch beweisen. Ich zeige euch das mal auf meinem Handy, wie das aussieht, wenn man nicht posten kann. Und wie gesagt, geh auf noch ein paar Sachen ein. Auch herzliche Grüße an Andreas, falls er dieses Video sieht. Ich habe nicht vorgehabt, ihn persönlich irgendwie anzugreifen. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich finde eigentlich, er hat eine sehr freundliche und ruhige Art, auf jeden Fall. Aber ich musste mich klar von ihm distanzieren. Als Irrlehrer auch, damit die Muslime nicht in Verwirrung kommen und auch sich nicht weiter lustig machen, dass wir anscheinend wie Christen untereinander uns streiten. Nein, das ist eine Irrlehrer, die der Andreas da vertritt. Und deswegen kann ich ihn leider auch nicht als Bruder ansehen. Und trotzdem habe ich ja eine Liebe für die Menschen. So auch für Andreas, für die Muslime. Also das ist gar keine Frage. Und genau. Also lasst uns mal schauen, was in diesem Video so abgeht. Gehen wir mal auf das ein, was Sertatsch gesagt hat mit der abrahamitischen Religion und wo Andreas ihm auch zustimmt. Ja, man sagt, wir berufen uns auf Abraham, der ist unser Glaubensvater. Und die Juden berufen sich darauf, die Muslime und eben auch die Antitrinitarier sagen, Abraham wäre unser Vater. Warum der abrahamitischen Tradition treu geblieben wurde, das wurde hier definitiv nicht, meines Erachtens. Und man muss sehen, dass im Neuen Testament Abraham der Vater des Glaubens ist. Und dass er zeigt, dass wir nicht durch Werke gerettet werden, sondern durch unseren Glauben. Und das Judentum und der Islam sind Religionen der Werke und können sich somit nicht auf Abraham verlassen, der vor dem Gesetz uns gezeigt hat, bevor das Gesetz überhaupt durch Mose gegeben wurde, uns gezeigt hat, dass wir aus Glauben gerettet werden. Und jetzt gucken wir mal, was Jesus dazu gesagt hat, als die Juden sich auf Abraham berufen haben. Und zwar, das wird abgehandelt in Johannes Kapitel 8. Und da sagen die Juden, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie er sagt, er, wir sollen frei sein. Jesus sprach von der Sünde. Ich habe das ja angesprochen im Stream. Es geht um das Herz des Menschen. Jesus selber sagte, dass die bösen Taten aus dem Herzen herauskommen. Und er sagt auch hier als Antwort, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Und das muss den Menschen ganz deutlich sein. Die Sünde kommt aus dem Herzen, sie versklavt und wir brauchen einen Retter. Die Juden haben das nicht erkannt. Sie haben ihren Messias nicht erkannt. Und was steht dann in Vers 44? Was sagt er ihnen? Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Ist das nicht ein bisschen krass? Er sagt den Juden, weil ihr mich nicht liebt und mein Wort auch nicht hört. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Juden antworten ihm dann darauf, dass sie sagen, du hast einen Dämonen, jetzt wissen wir das. Und er antwortet ihnen und sagt, ihr verunehrt mich. Und dann in Vers 50, ich aber suche nicht meine Ehre. Es ist einer, der sie sucht und der richtet. Einer versucht oder sucht Jesu Ehre und das ist der Vater. Und im weiteren Verlauf, also in Vers 54, heißt es dann, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Das ist eben der Knackpunkt Jesus. Der Wille Gottes ist es, seinen Sohn in den Mittelpunkt zu stellen und dass wir ihn ehren. Er ist der Name, in dem wir gerettet werden. Er ist der Name, der proklamiert wird im Neuen Testament. Er ist die Rettung. Jesus bedeutet, Gott rettet. Immanuel, Gott mit uns. Und wenn wir Jesus verunehren und seinen Namen auch herunterziehen, dann ziehen wir gleichzeitig auch den Vater herunter, der den Sohn ehrt und ehren möchte. Und deswegen muss man ganz klar sagen, dass die Juden, die Jesus nicht erkannt haben und die Muslime, die Jesus als Sohn leugnen, eben keine abrahamitische Religion sind. Sie werden da verworfen von Jesus und das müssen wir ganz klar bekennen. Wir als Christen, die wir an den dreieinigen Gott glauben, wir sind diejenigen, die den Namen Jesus hochhalten. Das habe ich auch im Stream gemacht. Das war auch meine Intention und mein Herz, dass wir merken, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir müssen nicht die Dreieinigkeit herunterrattern, um in einer Religion zu sein und dann zu sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Christ. Sondern die Bibel sagt ganz klar, wer an den Namen Jesus glaubt, wer glaubt, dass er gestorben und auferstanden ist, der wird gerettet sein. Entschuldigung, das kann kein Prophet sagen. Ich stelle dir mal vor, Mohammed hätte gesagt, kommt zu mir, damit ihr ewiges Leben habt. Da würde er sagen, ey, geh mal nach Hause. Ja, wer bist du denn? Ja, aber ganz kurz, es geht jetzt aber nicht um Mohammed oder den Islam. Das hast du jetzt schon zwei, dreimal probiert. Das ist mir aufgefallen, weil ich freut mich, wenn ich auch zu Wort holen. Ich verstehe schon, du möchtest einen Kontrast geben. Aber jetzt geht es ja primär einfach um die Trinität. Wenn es um den Islam-Schemist geht, kannst du das gerne nochmal anführen. Aber der Punkt ist doch, ich möchte kurz und knackig wissen, was ist das ewige Leben? Jetzt muss ich hundert Verse starten. Nein, Jesus sagt. Ja, gerade der Johannes fängt auch damit an, dass er, dass Jesus in sein Eigentum kam. Das Wort wurde Fleisch. Und wer ihn aufnahm, dem gab er das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Das ist ganz essentiell. Und wir sind dann damit auch Kinder Abrahams, Kinder des Glaubens. Wer das nochmal nachlesen möchte, das ist in Galater 3, auch sehr gut beschrieben. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Und wir sind in Jesus, in diesen Segen von Abraham mit hineingenommen. Wir sind Nachkommen sozusagen von ihm, von dieser Verheißung, die Abraham bekommen hat. Lass uns auf das Nächste eingehen. Ich möchte nochmal auf das Argument mit der Logik eingehen von Sertac, der gesagt hat, Wieso hat Gott uns einen Verstand gegeben, wenn wir mit der Logik ihn nicht erkennen können? Und ich fand das Zitat von dem Thomas Edison wirklich super genial. Der nordamerikanische Erfinder Edison, ja, Thomas Edison, 1847, der hat folgendes gesagt. Von der Photosynthese eines Blattes bis hin zum Schlagen des Herzens ist die Natur durchwoben von atemberaubenden Geheimnissen. Wenn nun die Wissenschaft zugibt, dass das Elektron, die Basis aller Materie, eine höchst komplizierte Angelegenheit ist, wie soll es dann anders sein mit der Trinität, dem Schöpfer des Elektrons? Alle Wirklichkeit ist unbekannt. Allein schon die Tatsache, dass es Mysteriöses in der Bibel gibt, ist der sichere Beweis dafür, dass sie sich mit der Wirklichkeit befasst und diese nicht zum Gehen sucht. Das finde ich mega genial. Ich habe das ja in dem Stream gesagt, ich muss es nicht noch mal vorlesen. Aber dazu möchte ich noch antworten mit 1. Korinther 1, Vers 18, fortfolgende. Da steht, denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, und dann predigen wir Christus als gekreuzigt für Juden einen Anstoß und für die Nation eine Torheit. Den Berufenen selbst, aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und wir sehen das an mehreren Stellen, dass Paulus immer wieder sagt, dass es eben nicht menschliche Rede war, die die Menschen überzeugt haben, sondern dass das Evangelium in Kraft ausging. Es ist keine menschliche Überzeugungsarbeit, sondern es ist der Heilige Geist der Menschen überzeugt. Und dazu nochmal in, das ist auch dann 1. Korinther, eben diese ganze Stelle dort, also Kapitel 2, Vers 13, davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Da kommen wir mit der Logik nicht weiter und wir brauchen eine Offenbarung von Gott und diese Offenbarung bekommen wir im Sohn und durch den Sohn. Denn wer den Sohn verwirft, der verwirft auch den, der ihn gesandt hat. Wer den Sohn verwirft, verwirft den Vater. Wer den Sohn hat, der hat auch den Vater. Das ganze Neue Testament ist absolut Jesus zentriert. Wir können an Jesus nicht vorbeigehen. Wer Jesus hat, hat das ewige Leben. Und wir müssen auch in Gemeinschaft mit ihm sein. Das habe ich ja dem Andreas dann auch in der Sendung auch gesagt, dass er da ein Problem mit der praktischen Theologie hat. Ja, diese Anwendung von all dem. Wir müssen ja aufpassen, dass es nicht irgendwelche Gebilde sind, die wir nur in der Theorie irgendwie haben und da irgendwie zusammenpassen. Aber das muss ja auch in meinem Leben stimmen und passen, dass er mein Gott und Herr ist, mit dem ich durch die Lebensstürme und durch die Lebenshöhen auch gehen kann. Und ja, wer ist da Jesus für mich? Und das ist die wichtige Frage. Ja, kommen wir mal zu den Heidenkulten. Und diesen ganzen Gottheiten, die da so vorgestellt wurden. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir Christen befassen uns eigentlich auch nicht damit. Und das muss auch nicht. Was ich im Stream rausgestellt habe, ist, wir haben das Neue Testament, wir haben die Bibel und die grenzt sich schon ganz klar ab von den Heidenkulten. Und von daher ist das für uns gar nicht so etwas, wo wir jetzt groß antworten können oder uns damit beschäftigt haben, weil wir ja eigentlich schon wissen, dass das der totale Schwachsinn ist, was Heidenkulte an irgendwelchen Göttern haben. Und ob das drei sind oder fünf oder sieben oder acht, das ist völlig wurscht. Das ist ziemlicher Käse. Und genau das habe ich eben mir auch noch mal angeguckt. Zum Beispiel Hermes und Zeus, das muss man einfach nur mal auf Google eingeben. Da braucht es ja gar kein Buch, was man hat. Da steht, noch am Tag seiner Geburt verließ er die Höhle seiner Mutter und tötete eine Schildkröte, die er als Resonanzkörper benutzt und so die Leier erfand. Noch am selben Tag begab er sich nach Pirien, auf dem Weg dorthin stahl er 50 Rinder des Apollon und verwischte seine Spuren, indem er aus Zweigen eine Art Schneeschuh flocht. Zwei der Rinder schlachtete er, zerlegte sie nach dem Opferretus. Zurück am Kylenisch, schlüpfte er wieder in seine Wiege. Ein Winzer hatte jedoch Apollon über den Viehdieb aufgeklärt. Also Punkt aus, fertig, das reicht schon. Ganz ehrlich, was hat das mit dem Christentum zu tun, mit dem Gott der Liebe, mit dem, der sich erniedrigt hat nach Philippa II und Menschengestalt angenommen hat, um am Kreuz zu sterben und nicht um irgendein Zeug zu tun und zu lügen und Kühe zu stehlen oder so. Zu Jupiter habe ich Folgendes gefunden. Wie der griechische Zeus hat Jupiter neben seiner Ehe mit der eifersüchtigen Juno zahlreiche Liebschaften, wofür er zumeist die Gestalt wechselt und sich in Tiere, Menschen, Götter und auch Dinge verwandelt. Und das soll irgendwas mit Jesus zu tun haben? Ein Jupiter, der die Gestalt wechselt, um Liebschaften zu haben neben seiner Ehe? Also eben, das interessiert uns Christen überhaupt gar nicht. Das hat mit Jesus nichts zu tun. Und versteht ihr, wie ich meine, die Abgrenzung, die ist schon im Wort Gottes drin. Und dieses Wort Gottes wird von den Muslimen abgelehnt. Und da habe ich Sertac ja auch erwischt an einer Stelle und er hat dann auch gelacht. Jesus hat sie nicht mehr in Ewigkeit, sondern er hat sie temporär und gibt sie, nachdem er seine Berufung oder was auch immer abgeschlossen hat, wieder dem Vater zurück. Das glaubst du doch alles gar nicht. Das glaubst du doch alles gar nicht. Die Borough, lass mich kurz ja das aussprechen. Die Borough, du bist ja lustig. Dass er das eigentlich alles gar nicht glaubt. Kommen wir mal zu dieser Hybridlösung von Gregor von Nyssa zu sprechen. Ehrlich gesagt, allein das Wort Hybridlösung finde ich schon total schräg. Ich denke an Hybridauto oder so, an ein Elektroauto, Hybridlösung, gut. Das Zitat war, denn die Wahrheit geht zwischen diesen beiden Auffassungen hin und her, indem sie jede Irrlehre vernichtet und doch von jeder das annimmt, was ihr nützlich ist. Das jüdische Dogma wird durch die Annahme des Wortes und durch den Glauben an den Geist zerstört, während der polytheistische Irrtum der griechischen Schule durch die Einheit der Natur, die diese Forschung der Pluralität aufhebt, zum Verschünden gebracht wird. Also erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne Gregor von Nyssa nicht. Dann stört mich schon, dass er gesagt hat, dass wir von Irrlehren irgendetwas annehmen, was uns nützlich ist. Ich finde das ehrlich gesagt auch Quatsch, weil wer wir, was nehmen wir denn an von irgendeiner Irrlehre? Wir haben das Wort Gottes, wir haben die Bibel und die gibt uns davor, was das Wesen Gottes ist und auch wie wir dahin gelangen durch Offenbarung. Und ja, dann sagt er eben das jüdische Dogma. Ja, klar, die Christen haben sich ja von den Juden oder vom Judentum sozusagen abgesondert, indem sie ja Christen geworden sind, auch Christen genannt wurden, weil sie plötzlich Jesus als den Messias erkannt haben und eben nicht nur das. Sie haben Jesus als Herrn und Gott erkannt. Und da wird einfach nur gesagt, es distanziert sich auf der einen Seite vom Judentum in diesem Punkt, in Jesus, aber das Judentum hat eben auch da drin Spannungen, dass eben da der Geist Gottes auch drin vorkommt und dass wir auch eine Dreieinheit im Judentum, also im Alten Testament auch erkennen können, dass die Juden aber nicht sehen und verstehen. Denn das Schema Israel, was auch immer angesprochen wird, das heißt Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Und da ist es doch auch interessant, dass der Name Gottes dreimal vorkommt, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Und außerdem ist interessant, dass Elohim eine Mehrzahlsform ist, das heißt eigentlich Yahweh Götter, Yahweh 1. Und auf der anderen Seite zum Beispiel auch, dass im zweiten Gebot, glaube ich, ist das von den zehn Geboten, da heißt es, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und im Hebräischen steht da genauso Elohim, Mehrzahl. Und das Interessante ist ja eben, dass wir halt Vater, Sohn und Heiliger Geist haben, die Gott sind und trotzdem eins sind. Und eben dieser eine Gott, dieser Wir-sind-eine-monotheistische, ich mag den Begriff Religion nicht, Glaubensgemeinschaft, weil wir an Jesus glauben. Und klar, da tut sich dann halt sozusagen dieser polyistische Irrtum dann in der Einheit der Natur völlig aufheben. Also wir verkündigen keinen heidnischen Gott, wie ich das gerade eben schon mal gezeigt habe, irgendwelche komischen, die sich miteinander bekämpfen und gar nicht wirklich so eins sind, wie die Bibel das sagt. Da soll mir Sertatsch mal eine heidnische Religion nennen, die irgendwie dem auch nur annähernd nahe kommt. Gibt es nicht, gab es nie, Gott ist einzigartig. Und da gibt es keine Schwierigkeit in der Abgrenzung. Und die Sache ist nämlich die, wir kommen nämlich in den Polytheismus nach der Schrift, wenn wir die Dreieinigkeit ablehnen. Und das habe ich nicht so richtig genagelt in dem Stream. Das möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen. Wenn wir in Jesus nicht das gleiche Wesen wie des Vaters sehen, dann haben wir zwei unglaublich mächtige Wesen, die wie nebeneinander existieren. Und dann haben wir einen Polytheismus und deswegen sagen Christen, nein, Jesus muss Gott sein. Er kann nicht ein Geschöpf sein. Er kann auch nicht Kategorie Sohn irgendwas sein, weil wir sonst eben zwei unterschiedliche Wesen Herr nennen und Gott nennen und die auch an Betung bekommen, laut der Offenbarung 5. Das Lamm, das auf dem Thron ist und so, das funktioniert einfach nicht. Und wir landen dann im Polytheismus und weil wir das nicht wollen, ist es eben dieser eine Gott. Und das erfüllt sich dann eben auch im Schema Israel und passt einfach wunderbar zusammen. Der Sertatsch und dann jetzt heute auch der Andreas hat mich gefragt, was hätte Jesus sagen müssen, damit ihr endlich erkennt, dass der Vater der allein wahre Gott ist. Und ich denke, Jesus hat das super hinbekommen. Er hat das Ineinander von Vater und Sohn immer und überall betont, sodass eben keiner ankommen kann und sagen kann, es gibt nur diese eine, diesen einen Personen Gott. Und ja, ist doch wunderbar. Es hat funktioniert. Und wie gesagt, es ist ja gar nicht so kompliziert. Das Heil liegt in Jesus. Wir müssen Jesus erkennen. Jesus ist der Name. Es ist jetzt in dem Sinne nicht so schwer, obwohl wir ja durchaus dann noch den Geist Gottes brauchen. Aber weißt du, wenn du diesen ersten Schritt machst und du liest das Wort und du kommst zur Erkenntnis, okay, es geht um Jesus. Und dann sagst du, Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich wünsche mir, dass ich Gott erkennen darf. Und ich möchte dir sagen, dass ich ein Sünder bin. Ich bin in meinem Herzen nicht gut, so wie du Gott gut bist. Und ich brauche diese Errettung von meinem Herzen, diesen neuen Bund in deinem Blut. Und ich akzeptiere, dass du für mich gestorben und auch verstanden bist, dass du den Fluch auf dich genommen hast, um mich zu segnen in Abraham. Und dann kommt der Geist Gottes in dich und er wird dich lehren und du wirst auch immer mehr Gott erkennen. Dann nochmal diese Sache mit dem falschen Propheten und den falschen Lehrern. Die werden einfach voneinander unterschieden in der Bibel und Sertaj hat den falschen Propheten definiert. Mohammed ist für euch ein falscher Prophet und ich würde gerne mal schauen, was Jesus zu dem ganzen Thema sagt. In Matthäus 7 beschreibt Jesus diese falschen Propheten. Es gibt allerdings mehrere Definitionen von falschen Propheten in der Bibel und ich möchte euch nochmal eine andere Definition zeigen. Und zwar steht die im ersten Johannesbrief und da geht es nämlich um den Vater und den Sohn. Sertaj hat in der Debatte ganz klar gesagt, dass er Vater und Sohn ablehnt und nicht daran glaubt. Und natürlich auch nicht an die Menschwerdung Jesu. Und der erste Johannesbrief sagt, dass das eben der Geist des Antichristus ist. In Kapitel 2, Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also bei Sertaj ist das dann sehr, sehr offensichtlich, dass der Islam eben das leugnet. Bei dem Andreas ist das nicht ganz so offensichtlich, weil er den Sohn einfach zu einer eigenen Kategorie erhebt und meint, damit wirklich auszudrücken, dass es der Sohn ist. Aber das geht nicht. Wir müssen die Summe des Wortes nehmen und die ist Wahrheit. Und da wird Jesus bezeichnet im Neuen Testament als Gott, als Herr, als König, als ewiger König, als Auferstehung, ewiges Leben, erster und letzter, Alpha und Omega. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe ja auch ein Video gemacht mit den 42 Beschreibungen über Jesus, die seinen Namen groß machen und zeigen, dass er der höchste Name ist. Und es gibt noch mehr als diese 42 Beschreibungen. Von daher liegt eben auch Andreas falsch, wenn er den Sohn einfach so definiert und auch meint, dass man ohne den Geist Gottes erkennen könnte, wer der Sohn wirklich ist. Ja, was immer wieder auffällt, ist, dass Johannes 17, Vers 3 absolut zitiert wird, immer sofort auf den Tisch gebracht wird. Und das ist das, woran sich Muslime enorm festhalten in näherer Argumentation, genauso wie die Zeugen Jehovas oder Andreas als Antitrinitarier. Und ich denke, ich konnte sehr gut erklären, dass der Begriff Jesus Christus in diesem Vers nicht definiert ist und dass wir die Summe des Wortes brauchen. Es steht im Psalm 119, die Summe des Wortes ist Wahrheit. Und wir müssen schauen, wer ist denn Jesus, den wir eben auch erkennen müssen, um ewiges Leben zu haben. Und dann merken wir, er ist ewiges Leben. Wir müssen zu ihm kommen, um dieses Leben zu haben. Wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn verwirft, verwirft auch Gott. Gott, das ist ganz stark und ganz krass und falsche Propheten, die werden definiert in der Bibel und sie werden auch definiert als Wölfe im Schafspelz. Das sind halt eben Menschen, die nach außen hin vielleicht doch wirklich irgendwie ganz sympathisch und ganz nett sind. Und das ist auch wirklich alles völlig okay. Aber ihre Lehre ist eine Lehre von Wölfen, eine Lehre, die ins Verderben führt und die in den Tod führt und auch in die ewige Verdammnis. Und deswegen musste ich auch so scharf sein, weil es geht um die Ewigkeit von Menschen, die dort auch zugehört haben, auch im Nachhinein das Video anklicken. Und die müssen wirklich ganz klar wissen, dass wir in Jesus unser Heil haben. Und da hilft es eben nicht, dass ich einfach nur nett bin und nichts sage, sondern eben eine scharfe Distanzierung bringe. Und ja, zu diesem antichristlichen Statement, dass der Sohn eben gar nicht wirklich der Sohn ist. Außerdem hat mich das erinnert mit Johannes 17 an die Argumentation, die Jesus mit dem Satan hatte in der Wüste, als er versucht wurde, der dann zum Satan gesagt hat, wiederum steht geschrieben und wiederum steht geschrieben. Und ebenso, der Teufel kommt ja mit einem Stückchen von Wahrheit und will uns dadurch irgendwie verwirren. Aber die Summe des Wortes bringt uns Erkenntnis und hilft uns zu erkennen. Und wir müssen da widerstehen und sagen, nein, wir können nicht, wir müssen das im Einklang, wir müssen es stehen lassen. Ja, ich wünsche dir, bleib dran. Hör nicht auf zu suchen und zu fragen. Frag mich auch gerne in den Kommentaren, wenn dir was unklar ist. Wenn du was von mir wissen möchtest, ich möchte dir gerne antworten und dir den Weg zu Jesus zeigen. Also mach's gut. Ciao. Ja, ich möchte euch hiermit zeigen, dass ich bei ImanTV mit keinem meiner drei Kanäle kommentieren kann. Also ich bin Solid Rock und ich habe hier geschrieben Be Blessed. Und wenn man blockiert wird, dann ist die Sache, man sieht sich selbst und denkt, andere können es sehen. Aber das ist ausgeblendet bei den anderen und man schreibt ziemlich sinnlos dann in der Gegend rum. Und jetzt wechsle ich mal meinen Kanal von Solid Rock auf meinen größeren Kanal. Glückselige Hoffnung. Und dann schauen wir mal, ob der Kommentar dann auch noch da ist. Dann wieder hier neueste Kommentare. Kein Solid Rock-Kommentar. Be blessed, hatte ich ja gerade eben geschrieben. Und man sieht hier natürlich nur den vom eigenen Kanal. Also glückselige Hoffnung, bla bla. Sieht aber auch kein Mensch außer ich. Ja, so richtig schön wird man da reingelegt. Und jetzt gehe ich mal auf meinen dritten Kanal. Königstochter. Und dann auf... Achso, da war ImanTV, genau. Jetzt gucken wir hier mal. Kein Kommentar. Auch kein glückselige Hoffnung-Kommentar. So, jetzt schreibe ich hier mal einen Kommentar. Nochmal Be blessed. Weißt, wir wollen ja, dass die Menschen gesegnet sind. Ganz egal, ja. Das sagt ja Jesus. Ganz egal, wie sie mit uns umgehen. Wir sollen sie segnen. Wie best. Und jetzt gehe ich mal zurück auf meinen, was weiß ich, glückselige Hoffnung. Danke. Ja, alles gut. Und dann wieder der neueste Kommentar. Nichts zu sehen. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Genau, so ist das. Ich bin da blockiert. Und ich würde ImanTV ganz herzlich bitten, mich zumindest mit einem Kanal freizuschalten, dass ich den Leuten antworten kann. Denn die richten ihre Texte auch an mich. Da steht auch der Bohrer und dann gab es da auch irgendwo noch eine Frage an mich. Ja, da wollen Leute in Kontakt mit mir treten. Und ich finde das hier auch zum Beispiel laut Deborah, wir Menschen sind Sünder. Ja, wenn wir Jesus erkennen als Gott und Räder, sind wir dann keine Sünder. So, ich möchte diese Frage gerne beantworten und nicht, dass das irgendjemand beantwortet. Ja, das ist jetzt natürlich eben genau die Sache. Ich habe die beantwortet, die Frage, bis ich gemerkt habe, dass ich eben mit glückseliger Hoffnung auch blockiert bin. Weil wir sind ja gerade auf glückselige Hoffnung. Wenn ich jetzt wieder in einen anderen Kanal gehen würde, würde man die nicht sehen. Ihr könnt ja selber bei euch gucken, ob ihr irgendwas von mir seht. Genau, also das mal, um euch das gezeigt zu haben.